Achtung, eins, zwei, drei. 20. Ping. Aber Ping. Ping, ja. 43. 51. 120 hat er jetzt. Ihr seid schon bei 35. Achso. Verbindet. Verbinden. Ja. Suchen noch zwölf weitere Spiele. Drei weitere Spiele haben. Drei weitere, ja. Ah, das sieht schon mal gut aus. Badgamer YouTube ist bei uns am Start hier. Wer auch immer das ist. Was für ein Ding? Ah ja, bei dir sind 14. Bei mir warten wird geladen. Bei uns auch wird geladen. Du musst ja eins überlegen. Bei ihm sind noch drei suchen. Ja, bei ihm ist... Ich starte. Ja, wir auch. Okay. Wartenlevel wird geladen. Mal gucken. Wo treffen wir uns? Wir machen einfach Rufzeichen mit Zeichensprache. Ein Carola in der Kneipe. Also Chad, das wird eh die Schwierigkeit jetzt Nummer eins, dass wir erstmal zusammenfinden. Aber mit einem Sechs-Mann-Squad ist es natürlich... Welche Nummer habt ihr unten links? Die 864 am Ende. Genau. Ja. Habt ihr auch? Dann sind wir in der gleichen Lobby. Also mich nennt man Jeff von der Frittenberg. Und jetzt schmiert er ab hier. Was auf. Erste Runde abgeschmiert, alles weg. Ja, schön war's, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also dann fahr ich heute noch nach Dresden und mach dich fertig. Das sag ich dir. Also wir landen irgendwo oben. Wir landen hier beim... Bei der Ranch. Bei der Ranchi-Ranzi. Ja, wir auch, glaub ich, ne? Ne. Wo sind wir wir da sind? Wir sind ganz unten in der Mitte. 8F. Okay, wir kommen... Warte, wenn du bei der Ranchi sind... Ja, wir treffen uns hier bei dem Auto rechts. Ihr habt doch so ein Jeep rechts, ne? Da treffen wir uns. Was? Rechts von euch ist so ein Jeep am Geschützsymbol. Das seid ihr, oder? Ja. Ja, ja. Also wir waren 8F. So. Da vorne ist ein Auto. Das holen wir uns. Mal. Und wenn wir uns dann gesammelt haben, können wir ja alles punchen und sowas. Was ist denn punchen? Die Waffe erhöhen. Mit deinem Kristall. Genau. Mir dein ganzes Zeug geben. Weil aktuell hast du ja jetzt wirklich... Wir haben ja alle eine Standardwaffe, die... Da kommst du in der ersten Zone voran, aber... Das war's dann auch. Oh, da macht, glaub ich, schon jemand. Wirklich? Ja, ich hab eben einen Hochwitzen sehen. Aber der öffnet sich mehrmals der Riss. Der Riss. Das ist alles okay. Für die Womkies, du? Zu dem Geschütz muss ich? Ja. 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 Okay. Die drei sind schon am Start. In 100 Metern rechts. Dann gleich wieder links. Na, wo fährst du denn hin? Ne? Also wir sind jetzt beim Auto. Außenrum. Berg hoch. Ja. Ja. Hui. So. So, äh... Ach, das sind wir. Einfach beitreten? Ich hab eingeladen. Wie beitreten? Wo? Ein Trupp. Ach, das musst du links machen. Ich hab nix zum beitreten. Wie, der Trupp war los? Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Maus und Tastatur geht. Also ich... Okay. Ich hab Prof jetzt dabei. Ey, ich war super, wir sind zu zweit, Mann. Ne, ne, warte, 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 warte. Wer ist ein Insta-Glitzer-Troll? Ich. Okay. Maxi. Maxi. So, Trupp verlassen. Und Anfragetruppe, beizutreten. Wie mach ich das jetzt? Das mach ich. Ähm, mit der alten Taste. Spielen. Controller. Asura ist jetzt auch dabei. Amphi muss noch. So, hallö, ich helfen. Ich hab keine Ahnung, wie ich euch beitreten soll. Du drückst das... Du drückst mal, halt mal die Alt gedrückt. Ne, der hat Controller, also Steuerkreuz nach oben. Ich spiel Controller. Ach so. Nach oben und dann unten, unten, rechts. Ach, ich bin schon in dem Trupp drinnen. Weil Menschen den Trupp verlassen. 16 Uhr, Dampi. Hoch halten und dann 16 Uhr drücken. Also unten, rechts. Jawoll. Okay. Ähm. Ich hab ne Anfrage verschickt. Vor allem 16 Uhr, das war 15 Uhr. Hat irgendeiner, hat irgendeiner die Karte vor Augen? Mit den Obelisten? Ja. Ach, die kommen ja erst, ne? Wir müssen erstmal ein paar Aufträge machen. Äh, die kommen ja erst, ne? Ja, wir müssen erstmal ein paar Aufträge machen. Äh, hier fahren. Danke für 12 Uhr. Also jetzt meine ich auch. Äh, wir können das jetzt schon punchen, oder? Oder wo? Ja, hinter dir. Wir können das jetzt schon punchen, ja? Dampi, hinter dir. Ja. Sind wir jetzt alle in ihrer Gruppe, oder wie sehe ich das jetzt? Sicherung, ja. Ja, ja. Weck Leute. Und was machen wir jetzt? Oben links. Und links. Jetzt sechs Leute. Und links. Achter. Aha. Ist der Motorboot. So. Jetzt fahren wir alle mit dem Auto und machen den Auftrag hier hinten. Komm alle rein, ja? Alle traf hier auf die Kiste. Wer fährt von euch? Geil, stopp. Asura fährt. Ach. Alter, das war ein Führerschein. Doch, der ne. Ja, mach das schon. Ja, genau, ich war im Dreirad vor, Junge. Ey, nicht so rumhampeln. Ich seh nix. Da liegt die auf dem Motorhalber im versperrten Blick, alter, geil. Ich bin doch gerade nah als Motorhalber im Jungie, alter, ja. Ich bin, glaube ich, gerade in jemanden reingestrommen. Hat sie. Ey, bloß noch mal ganz kurz zu den Obelisten. Derjenige, der das aktiviert mit seiner Munition, ist auch der Einzige, der das abschießen darf, ne? Ist der Einzige, der Seelen sammeln darf. Ich bin Mitläufer. Prof, welche Munition brauchst du eigentlich? Achso, der ist weg. Dann machen wir den hier. Der ist doch da. Achso. Ja. Ich hab, ähm, ich hab Blitz und Feuer. So, da kommen alle das gleiche runtergehen. Ey, das ist Wahnsinn da, wieviel Zombies bei so vielen Mitspielern am Start sind. Guck dich das mal an, ey. Äh, brav. Ja. Ich steige ihn hier wieder aus. Ähm. Er ist in Munition. Ja. Warte mal. Ich leg, ich leg Feuer ab, hier liegt nochmal Blitz und Feuer. Oh ne, Frau am Steuer. Äh, hier liegt Zeug. Stopp mal. Ja. Fahrt weiter. Irrli. Ich verstehe nicht, was wir ja gerade machen, aber ist egal. Erstmal bisschen Zeit. Die Obelisten, die Obelisten kommen erst nach einer bestimmten Zeit, Manni. Manni. Sei einfach dabei. Manni. Soll ich dir ein drittes Polo schießen? Nein. Ich möchte das nicht. Am. Am. England gewinnt nach elf Meter. Nee. Die Engländer können elf Meter schießen? Ja, die haben ja früher uns auch elf Meter nennt. Wo ist denn die der Kack? Der Kack. 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 Ja, du. Der Kack. Der Kack. Das ist ein bisschen größer. das war kaputt bringt mir das kaputt auch jemanden zwei jahres da mani vielleicht nö aber was muss ich jetzt hier machen da kommt so eine komische liste der scharfschütze ist hier oben am boden ok da was wir auch können oder was für aufträge ja wir können hier kopfgeld machen ist er gleich mani der kanal gab es schon aber auch nicht auch jemand die zweier wissen doch wohl ich brauche die maxi brauchen platten alles gut du hast eine 3er plattenweste keiner will mit der frau fahren wie rüste ich die aus die brauchst du nicht du hast eine 3er und das ist ein jünger wie schnell ist der tot und das war es schon 12 schuss wo wollen wir erzählen so ist keiner mit der frau gefahren im gegensatz zu uns ist die frau schon dort und man die anscheinend da waren wir noch beschäftigt was haben wir hier noch wir können uns ja schon mal in die zone 2 wagen ich hab die gar nicht habe ich den indiscord reingeschickt also einer soll hier unten sein hier wo ich markiert habe ja der andere müsste hier oben hier eine habt ihr eure wunderwaffe schon auch ausgepackt nein ich will ich will mich mit ihr dann mal vertraut machen weil ich habe die nämlich noch nicht benutzt wie rüchte ich das aus du musst den koffer auf dein auf deiner leeren hand am besten aktivieren aber sind wir jetzt alle getrennt hier oder was sieht so aus haben ja alle angst mit mir zu fahren ich nicht ich vertraue dir genau aus dem grund vertraue ich dir ja ach da unten ist er also die jünger sind ja eigentlich die die meisten probleme machen ja ich hab ey du mich was fressen geh weg hier ist schon ein Vieh das möchte mich essen die haben ja gar keine chance äh hier braucht das hier was juggernaut extrakt da hab ich ja auch dabei vor dem britschi ey das kann aber Dumpy nehmen ja ich hab's Rezept dabei ich hab's Rezept dabei ähm mann ich kann's nehmen ich hab genau das gelbe oder was ja ja das äh und nimm ich das mit ok wo ist hier wo ist hier unser Chauffeur mein Auto ist äh tankle hör auf meins habt ihr in die meins habt ihr in die Luft gejagt ich hab ein neues Auto ja wie schnell der Platten zieht ne die haben gar keine Chance ne ey du siehst alles wie ne Katze Asura ich bin ne Katze Asura ist eine Muschi willst mich einmal lecken nein 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 ich hör hier nur Granat irgendwas Ich hör hier nur Granat wir brauchen dann mal zwei Autos ich glaub Preiss fertig hat der überhaupt schon was ey ich brauch沒 nits hä wieso kriegen wir ihn hier keine Belohnung w pleasure hm ich glaub siearemos schnell getötet das ist ein schaden jetzt hat er noch ein auto kaputt gemacht und mir getötet wollen wir dann schon mal gucken gehen nach den obelisten dankeschön ein klicks also auf was schießt jetzt hin da war was hast du gesehen wo müssen wir denn jetzt hin hier sollte einer sein dass wir kein paketverlust verursachen hat vorbeigesammelt wenn hier keiner ist nächsten abfahren also sie müssen ja nicht sein die können überall sein wo ist der nächste mal dann wird hinten ok warte mal ich wüsste jetzt ich wüsste jetzt mal das ding machen das probiert jetzt mal wo muss hinschießen nach oben ne nach unten nach unten jetzt hau doch mal ab hier du hässliches dreck hier ja jetzt hab ich so zum hier kill wie rüst ich in diese kumpel hat er auch nicht nur neu war das kommt runter falsche mal festgestellt wie weit wie weit morgen jetzt eigentlich die beiden ich sage eigentlich durch diese waffe ausrüsten ja so zu gehen so hoch die in den rutschpack und dann steht dann das hier weg ausrüstet wie wie gehe ich in den rucksack mittags steuer 1 hast unten absolut speziale controller steuer macht ihr machen wir sollten ja mal langsam dahin rennen ach hier kommen wir uns wirst du aus holen holen wo seid ihr jetzt hin ach hier unten ja hier ist einer hier ist ein obelist ich fange schon mal an also auf den letzten ding ok dann auf den letzten ding war einer so ja wir müssten wir fahren ich werde beschossen ok hirnfäule mann sitzt drin ich bin im auto ich muss es ja eher lene machen hier wollt ihr den nächsten abfahren ich hab markiert neu fahr mal rein ist das ein je-auto wir brauchen dann jemanden der in der zone 3 abschümmelt wir müssen gar nicht in die dritte zone ne aber der riss kommt meistens in der dritten echt ok und er sollte vielleicht mal abschümmeln vorher weißt du weil sobald ich den ersten obelist jetzt geschafft habe kriegen alle auf der map eine meldung dass wir das gestartet haben das event der schafft denn jetzt nicht mehr der schafft denn jetzt nicht mehr hier in der irgendwo soll er sein ok der erste ist wo du gepinkt hast wo du gepinkt hast dampf ist inner da ist eigentlich nüger ne ich sehe keinen kannst du meinen nächsten pingen ich flieg hin hier gut oh ich gehe auch mal mit hin luna luna was ist da wohin da wohin wo das auto markiert wurde hm ich flieg schon hin nach 200m wo geht die munizieren mehr musst du an die kiste gehen an die munikiste äh hier vorne ist auch voll das ist der zweite wir müssen drei machen wir schon mal in die in die zone in die dritte nehmen wir wissen grün nehmt eure wunderwaffe und sie ich glaube einfach mal zum zweiten gleich zum nächsten gehen aber lass sie nicht fangt die nächsten mal an weil der nächste ist ja dann riss öffnet was mit ihr ich komme gleich schlafen in der wunderwaffe und fliegt fliegt am besten immer in die luft an der dritten zone am besten wenn ich jetzt auf den boden schieße damit er in die luft naja du solltest nicht genau vor dir schießen achso ja ja ok das war's klein wohin in die dritte irgendwo in der mitte zentral also ich werde dann dorthin gefordert oder wir werden alle dorthin gefordert also wer das aktiviert was soll ich markieren die mitte ja hast du gepinkt ja ja hier ist ein auto ich fliege hinter wie sagt wo ich hin muss dass ich ja im wasser liege und nichts gesagt wird wie bitte ich hab's ne entschuldigung exfiltration oben ne also wegen dritte zone einfach in im zentrum irgendwo in der luft bissl wo leben wir hier also wenn ich erst keine oder ok nächster ich wollte mich jetzt mit der waffe in den himmel schießen das hatte ich schon nur auf zielen money nur auf zielen drücken nur zielen halten so wie machst du das profil mit dem mit dem gerät fliegen nur auf zielen dann dann lädt er das auf und dann hält er das schon der hätte dass er lässt er löst das alleine aus wir müssen nur gucken wo wir jetzt hin müssen dann wie ich habe keine platten mehr cool ich habe es markiert hier bei der nummer 6 fliegen einfach hinterher fliege ja ich gleich auch ach so heilaura warte hat ihr eine heilaura in der nähe heilaura einsetzt die bei denen in der nähe ja ich hab ich hab ich hab danke jawoll komm wir machen das ist das erste mal aus der kalten das ist schon ganz gut hier ist hier sollte irgendwo der nächste ist hier oben ich muss kurz mit den antritt was klären dann wie shelly oder maxi oder asura die wissen die wissen ja jetzt dass wir das schon angefangen haben das event na es kann sein dass einer jetzt den letzten obelist macht und das freischaltet also wir müssen einfach aufpassen ob sich der riss öffnet die sind aber stehen noch nicht wenn er nicht so nah dran ich lege an der brücke ganz hinten warum da hinten ja weil ich abgehauen bin weil ein paar zu viele hinter mir her sind und ich keine platten habe nächste hier gehen dann wie kannst du den neuen pinks du hast hier die dicke den aber ist okay okay ne das schaffe ich nicht dann lass dann lassen mani in der zweiten zone irgendwo sein oder da kommt mit zu uns ich habe das mega scheiße bei mir asura du mit einer erfahrung bist es dafür verantwortlich dass die anderen das schaffen ich lege ich bin gerade auch selber am wegrennen jetzt ok naja kann er unten sein ich guck mal unten jetzt muss ich erstmal selber schauen ja ja guck in ruhe guck in ruhe oder ja ihr müsst jetzt nicht wenn ihr die wunderwaffen habt und euch permanent in die luft schießen könnt leute dann geht raus aus der dritte zone das ist ja macht keinen sinn ok ja lass mal hier sind vor mir wackelt jemand mit mir hinterher geht weg oh ist ganz schön weit wo müssen wir hin das schwerste kommt vor allen dingen noch habt ihr das mit der palmer euch angeguckt ich habe mal aufwecken losgelassen ich komme gar nicht bis hin ich ohne alles gut hatten habe ich nicht mehr ich bringe immer die luft ich habe mich auch keiner erwischt da kommt noch ein oder leute geht geht in zone 1 und rüstet euch neu aus mit platten und so das ist ich weiß nicht ob ich in zone 1 komme mit der wunderwaffe hier zone 1 da gehen wir jetzt da hin genau und ruht euch erstmal aus obwohl wo steht denn der puncher hier also ich gehe jetzt ja auf gelben pink 2 1 ja ja hier sollte das sagen nicht schön auch keiner ne 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 ob es möglich ist mach mal zum puncher kann denn der 3 ähhja bräuchte die aber Dedcom thailand aber bei den heterogen die aktivieren denn der riss muss jetzt gleich kommen da passt ihr auf die aktivieren den gerade faktor sind so viele leute ins auto ein okay auto ist kaputt ich lasse das sehen aber ich lasse den machen weil das ist uns unfair egal woher sehen wir das wo das money ich fliege schon mal allein bleibst du hier dann fliege die traditione ja morgen mega scheu soll hier oben ja ich meistens meistens kommt ja hier okay kannst du den fertig machen hast du das aber wo ist der riss er kommt eigentlich erst aber vielleicht müssen wir das wirklich fertig machen ich lade nach machst du den pferd nicht er steht unten er macht irgendwas noch mal noch mal ach das ist doch scheiße wir müssten mal auch etwas zusammen geht geht also wenn du jetzt von uns aus redest das wird aber schwierig weil wir müssen die aufgaben machen und ich habe euch auf jeden zudel einzig um ein paar neue platte wenn du noch mal bist du ich weiß es hat weit weg der liegt in der ersten zone in der ersten zone richtig ja gut ihr könnt ihn ja wiederbelebensverlust wenn er hinfliegt er ist eine ganz tot ich meine du bist eine ganz ich warne jetzt bis die dritte zone aufgeht ja seine sachen sind dann aber weg sicher ne ja die to cola dosen sind auf jeden fall weg ach so das weiß ich nicht ja genau ich hab mich zu viel aufgeregt will es direkt gerade hier ist doch so ein flugdingen wie ist die lage bei dir Dampfi ich helfe ihm gerade ein bisschen okay hast du die munition dafür geht schon ja dass du ne ob du das das element hast dass du es selber nochmal machen kannst zur not ja ja hab ich so ich hab ein auto gefunden da war so ein flugdingen aber du musst das doch zu zweit machen hier weil da kommen schon viele zombies scheiße wenn das jetzt oft blockt ne die machen das dann also der riss geht zwar zweimal auf aber dann müssen wir wieder drei obelisten machen und die zeit reicht nicht da ist ein auto ich hab keine platten ich wollte eigentlich verplatten lassen ja fahren wir ein paar zombies um dann kannst du lassen die hochplatten fallen ja die lassen auch platten fallen ja ja wieso geht er jetzt nicht wieso kommt er ist nicht keine ahnung eine platte hab ich ja drinnen lachen noch ich schalier ich wollte ich mir eigentlich holen aber die anderen ist dagegen ist es bei mir hier was in der nähe Dampfi jetzt sind sie weg kann es gerade nicht gucken ne Glitzermann folgt mir ich darf nicht gehittert werden das ist das Problem ja hier vorne ist der Durchgang Stefan ich sag dann gleich was uns tut wenn wir kauft ihr doch welcher am Shop man nicht wenn wir ein bisschen weiter sind äh wir sind doch noch Viecher warte ich komm ja ich geh ins Wasser ah Siegel in Abklingzeit ja 30 Sekunden ganz normal wow jetzt bring ich mich ja selber noch im Bredouille ich muss jetzt mal bisschen auf mich konzentrieren ich hab's jetzt mal aktiviert ja mach mal fertig gibst du mir auch einmal da liegt ganz viele Platte ok ok die Platte dann mal eigentlich mitnehmen ähm ich weiß ja nicht wie viele man machen muss ich hätte gedacht drei Leute aber äh dreimal aber anscheinend doch mehr mehrere Runden ja ich hab gern Blatt hier hab ich noch USB-Stick den schmeiß ich weg ok ich würd gern mal wissen ob bei mir hier irgendwo noch einer in der Nähe ist hier ist Muni auch geladen weil wir haben nur noch 13 Minuten das wird echt eng ne also völlig weil wir zu den anderen wo da vorne bleiben werden ja zu den anderen ok ihr könnt ruhig noch äh außerhalb bleiben aber der hat der bei dir auch so komisch gefunkelt so ja du kriegst du kriegst dann auch eine eine Belohnung wenn du den abgeschlossen hast und du brauchst noch Muni oder was ähm meiner brennt jetzt schon also ja dann ist hier so ein Flugdinger habt euch mal auf was gepasst ne ok ok versucht so viel Platt noch zusammen hier Dampfi ping wir mal einen da in der Zone 2 ich kann grad nicht sorry ihr würdest du Maxi so grün ja ok wo ist grün hier unten der ist ja bei uns oha der ist ja bei uns oder die andere müssen jetzt nochmal Zone 1 absuchen wir brauchen unbedingt noch ein Obelist weil irgendwie gehe ich ja nicht voran ja warte mal meine 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 warte wir sind doch nicht fertig dauert aber lange ich weiß nicht mal was ein Obel-Dinges ist ja PIPER alter Sturm jetzt 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 na dann ab mit dem Flugdinger hier weg Dampfi du musst dorthin schnell ne der ist bei dir ja bei mir an der Nähe ja zu die Leute oder was der hier ooooh die sind näher dran weiß ich nicht Dampfi du schaffst das du bist gleich da ihr müsst dann auf der Karte ja ihr müsst dann auf der Karte bestätigen auf Dreieck Leute ne ja ihr müsst dann alle bestätigen ok ich beeile mich schaffst es dann wieder dann wirst du da Junge sieht ja komplett aus wie der Kollege geil grüß mit dir oh ne da hast du weit hinten ich hab jetzt keine Bestätigung bekommen aber wie aktivierst du jetzt jetzt hingehen und vier Eck ok ich bin da ich nicht so auf die Karte und Dreieck teleportieren mit Dreieck und halten gedrückt halten und halten gedrückt halten was Karte taktische Karte und Dreieck gedrückt halten zum bestätigen was geht jetzt kommt mich jetzt und wie es tut ist er zählt bei euch die Zeit runter ja gut ja gut und jetzt Leute macht euch gefasst jetzt gehts richtig los hoho wir haben alles wir haben goldene platten volle wir haben alles voll ey alter ey du musstest bei dem drei Runden machen und du musstest mit dem mit der toten Leitung musstest du diese Statue anschießen dann sind das immer gekommen drei Runden und dann immer bam 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 du kannst den Geld Sabrina ich erklär dann alles wir müssen jetzt erstmal hier gucken dass wir das jetzt über die Bühne kriegen ich weiß nicht ob ihr euch das Video angeguckt habt mit der Palme mit der Palmposition dahinter bist du auch geschützt das müsste einer von euch vielleicht machen vielleicht der Manni oder so ich weiß es nicht ich hab keine Ahnung ich hab mir das Video lassen ich hab jetzt noch mit dem schwarzen Bittchen Manni ist absolut unvorbereitet hier rein so wie wir es halt kennen ich auch weil ich mal arbeiten ok ok ich bin drinnen ja ja das ist das Dauer das ist eine Weile ich hab schon Kacke in der Hose ich hab schon die erste Welle abgeschlossen ja genau ja Dampfi hier Manni Manni hier hinten wo die Shelly steht ist eine Palme Profil wo bist du wo ist das Dach wo ist die Palme geh mal bitte hier hinter die Palme hier dahinter gehst du so Dampfi wir gehen jetzt mal in die Luft so hier ist eine Palme hier dahinter oder was wo ich jetzt stehe ja ich schiebe die Palme wo bist du Brocken so hier hier hoch boah Schuss oh nein ich trefft ab Alter du musst das immer spammen gell kannst du gedrückt halten ich hab auch einen Luftschlag ne oh die kommen hoch ja die kommen hoch ja ob es geht heav ey ist Joden alle ne ne komm wir runter Dampfi irgendwas stimmt hier nicht oh 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 was haben wir ein habt ihr habt ihr Heil-Aura danke vielen Dank irgendwas war gerade komisch ich liege aber nicht schlimm wo ist mein kranatwerber was ich habe alles gut alles wie sie also in jeder runde kommt das waren ja wirklich geschützt ich probiere das jetzt echt ne die rennen mir vorbei also wenn ich keine munizie mehr habe aufs sammeln da musst du durch den platz laufen und einsammeln der braucht halt keine mehr komm mal einer mit zu mir bitte an die palme einfach hier hin also leute schreit mal bitte wenn einer kurz vor dem dauern ist dann machen wir heilaura der boss kommt ungefähr bei 40 minuten also wir müssen aufpassen ab und zu komplizieren müssen wir uns doch mal bewegen ich brauche mal schnell munition ich brauche mal schnell munition ok bin da ich brauche auch munition ja blitzkopf bevor einer down geht bitte heilaura machen ne mann wie mann du wirst du wirst, du wirst ballern, jetzt hast du ballern naja guck mal jetzt hätten wir geschehen �ht neben meiner palme an wunderbar Bist du auch bei der Palme? Ich stehe hier neben der Palme. Bist du da ungeschätzt? Hier liegt ein Zelt. Hier passiert mir nix hier. Hier liegt ein Zelt. Wo? Nein. Kein. In der Kiste. Ah ja. Nimm mal jemanden, der kein Zeltfeuer hat. Ja ja, ich. Jetzt kommt der erste Boss. Jetzt müssen wir loslegen. Den müssen wir besiegen. Der hat's drauf. Der hält ganz schön aus. Jawoll. Erste Phase abgeschlossen. Das läuft doch wie am Schnürschnür. Freut sich jeder. Na klar. Irgendjemand hat's gesagt, ich hab gar nichts gehört. Oh, ihr Schütz. Habt ihr hier. Erst stellt's auf, Manni. Oh, Schütz auch. Sammelt bisschen Money ein und sowas? Ja. 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 Ist die noch irgendwo Munition rum? Ja, ja. Wo steht's am besten hinstellen, Alter? Wo steht's am besten? Hier in die Mitte. Hier so, oder? Oder hier in der Mitte? Ja, da würde ich's hinstellen, genau. Und das geht's. Es wirkt sehr angespannt und... Ah, das ist... Also, dass wir überhaupt hier drinnen sind. Vor allem die anderen haben das auch gemacht. Die armen Schweine. Äh, komm. Ich schieß einfach durch. Dampf ihn durch, Chad. Ja, schieß wir in den Hintern, Alter. Jawoll. Du musst hier hoch. Achtung, der Prinz. Kannst du aber mit der Wunderwaffe hier reinschießen, ne? Die macht so'n... Die macht so'n niedlichst'n Strahl hier. Was ist das für'n... Also, an der Palme ist ein Knitsch, Stefan, ja. Und der ist aber nicht mehr lange, denk' ich mal. Der Asura, der rennt hier gemütlich runden, Alter. Ich halt den... Oh, hier. Oh, 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 oh. Wie viel mehr? Ah ja, alles gut. Easy. Ich bleib hier einfach stehen und schieß einfach hier hinten in die Menge rein. Guck mal. Ich denke, dass wir das Spiel nicht zum Absturz bringen, ne? Ich glaube, hier machst du damit einmal 100 Level, oder? Hahahaha. Wenn du jetzt einen neuen Account hättest... Also, vier EFs. Ist schon wieder einer. Boah, Alter, die Wunderwaffe ist übrigens stark. Holy Fick, Alter. Feuert die mal hier so in die Krippe rein. Ich hab schon flettergebracht. Dampi, feuert mal die Wunderwaffe hier rein. Also, ohne zielen. Achtung, Blitz. Naja, aber ich finde ein Granatwärter schon. Naja. Naja. Naja, aber ich finde ein Granatwärter schon. Naja. Naja. Hi, Laura. Wir haben gleich die Milizierung leer. Na, renn bisne rund, Manni. Ja, mach ich. So bin ich Parker. Ich darf den mal in den Räumen, gell? Ja. Er sagt ja, gell. Hahaha. Oiler! Er sagt ja, oiler. Oiler. Ja Maxi, der steht einfach nur da oben, Alter. Muss man an der fünften Welle dann gucken, da kommen nur noch solche Mimiker und sowas. Steht der Maxi? Alter, ich hab keine tausend Zombie-Kennste. Ich hab keine Mut, ich hab keine Mut. Ah, gut laufen. Alter, guck mal auf die Karte, gell? Die sind so eine richtige Bugake-Party, Alter. Jetzt kommt der Polengegner. Wo ist er? Ach, da hinten ist er, okay. Ist der denn schon fertig, oder was? Ne, ne, der kommt noch. Wo ist er denn? Da hinten drinnen. Der kommt gar nicht raus, Alter! Ja! Hat meiner Heil auch ran? Danke! Jawoll! Oh, hier. Oh, hier. Ja, Air-Strike drinnen. Oh, hier. Ja, Air-Strike drinnen. Crazy, ne? Ja. Hallo, Maxi! Die Zauberwaffe brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Naja, eigentlich, um aufs Dach zu kommen. Aber das haben sie anscheinend gefixt, habe ich mit dem Dampy gemerkt. Die waren auf einmal bei uns oben. Aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Na doch, damit kannst du in die Menge reinschießen, aber nur, wenn du irgendwo sicher stehst. Oh, ist das so krass. Oh, ist das so krass. Ah, deine Heil, Aura, danke. Schon wieder so ein Vieh, Alter. Ich hab grad keine Heil, Aura. Oh, mein Luft, mein Luft, mein Luft, mein Luftschlag hat mir gerufen. Ich hab keine Heil, Aura. Ich hab' okay geladen. Ich hab' gut. Ja, danke. Danke. Meine ist gleich wieder voll. Oh, verpfiff dich, du scheiß Mimiker. Heil, Aura, bitte. Moment, Moment. Hab' ich, hab' ich, hab' ich. Hol' mal Platten rein hoch, bitte. Hat die, die keine Platten können haben? Sehr gut. Ich muss play. Per Pfeil, Aura, ne? Oh, das war geil. Ey, das geht da erstmal richtig los. Ey, das geht da erstmal richtig los. Das stimmt, die nächste Runde dauert jetzt so ein bisschen länger, bis er wieder in den Post kommt, ne? Ah ja, ihr könnt auf dem Fanatwerfer auch irgendwas draufpacken, aufs Feuer oder so. Jaja. Oh, hat jemand Heil Aura dabei? Danke. Spacher. Oh, sorry. Oh, bei mir ist schon wieder so'n Vieh hier. Lecks mich drauf. Ich muss Muni sammeln. Ich muss mal kurz den Kröner in den Mengen da drinne. Oh, keine Munition mehr? Ja, geh hol'n. Ja, geh hol'n. Der Hust da drinne. Das passt jetzt hier. Der Hust da drinne. Und der Hell Aura und das runter. Na ja! Was ist das hier? Der Hust da drinne. So kommt noch von der Rand. Die Hust da rein. Also ohne Heilaufer wär schon eklig, ne? War ist geil, wenn sechs Leute Heilaufer haben. Ok, Boss kommt. Ach, ein Jünger, ok. Jawohl, ich bin stolz auf euch. Macht doch den Rest Platz. Ich bin stolz auf euch. Oh, ja, ihr schützt wieder geil. Hast du noch eins, ne? Da schießt ihn hier rum. Da oben, der Mangler. Ich bin stolz auf euch! Komm ich doch in unsere Ecke, Dampfe hier? Ja, ja, ne? Wieso? Ich schützt dich doch auf dem Schirm. Hier liegt wohl nicht selber. Oh, ich schützt dich doch auf dem Schirm. Ja, ich schützt dich doch auf dem Schirm. Ich schützt dich doch auf dem Schirm. Ah, ja. Ich fliege. Danke. Komm mal wieder, er hat Dampfe. Ja, ich muss ein bisschen Munition auf damit. Ach sicher. Ach, ja. Und da tötet uns. Sau. Schütz, ne? Schütz, ne? Schütz mehr nicht. Meine Güte, ich gu'd schon nur mit. Alter, haut ab hier. ich habe einen gefahren und ihr habt keine doch ok warte aber jetzt muss ich sammeln jetzt muss ich selber warten wir müssen doch Platten wieder nehmen Stefan, das ist der Geballer hier habt ihr Heil auch, weil ich habe keine zwei Tage, gleich ready ach komm, jetzt bin ich los hi Laura, komm hier du denkst du mal Translatten nehmen, Dampi? ja, ich habe gerade die Schiene an im Moment oh, jetzt muss ich Heil auch nein, ist noch nicht voll wacke gut, keine Minute, guck mal muss ich immer nie holen, schnell ok ich weiße noch ich denke, das Messer zu werfen, Manni, ne? ja ja paulen Munition, ne? oh, oder? na, der versteckt zwei Geschütze, Digga sehr schön aber die letzte dauert lange weil da gibt erst bei 14 minuten das habe ich nie gesehen Ich bin jetzt kleiner Oh, das ist Rico? Hey, Jörg! Ja, ja Was ist los? Ja, ja Leute, letzte Runde! Alter, der Mist! Der hält was aus, du! Hast du mit dem verkehrt? Alter! Oh, oh, oh Gott! Ja, ja! Okay, ich glaube, der kommt jetzt erst bei 14 Minuten, ne? Da lebe ich Da lebe ich Hier liegt noch Muni, falls jemand braucht, ne? Okay, weiter geht's! Klar! Ja! Die Schütze sind cool! Achtung! Dann... Haben wir ja keinen Schöp, wo man die Schütze kurven kann! Oh, wir halten aber, glaube ich, ein bisschen Kiel aus jetzt, oder? Ja, ja! Ja, ja! Oioioioioioioioioioioioioioi! Ich bin durch! Schütter ich habe keine waffen keine Muni mehr, gibts ja was, ja diese Mängler, Alter, ist übel ich bin tot, ach so, rennst du mal? ja danke jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es alle gleichzeitig nehmen also ich muss aufladen, ich sag's leid ich auch, ich muss auch aufladen, ich hab meinen gerade genommen ich bin bereit immer entspannt bleiben, wir schaffen das oder? warum ja moin ich kann mir noch nicht helfen, noch nicht wichtig ist platten ja, aber hier steht einfach vor mir, wer ist das? Asura warte, warte, warte ich komm mal danke ja 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 nein ja 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 Oh. Was? Ah, der Blitz. Okay. Ui. Jetzt muss ich mal wachen. Alter, hier ist was los. Also ich muss aufladen. Ich kann nicht, Leute. Ich hab schon. Ja! Komm, das machen wir jetzt. Alter, ich mach den Drecks. Das ist der letzte, ne? Oh. 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 der letzte poste hat schon ordentlich bei mir war zwischendurch leck ich bin immer quer durch die in die ganze zeit 767 zombies erledigt 1380 1434 1387 ja alles cheater ist das schlechteste da wir müssen noch mal rein ich habe sie weniger als der kollege das geht gar nicht ich habe mich ja meistens versteckt 927 hat prof nur das sieht ja ähnlich der prof war mehr wegrennen so was haben wir jetzt gekriegt 1 0 für türkei es kann ja nicht sein dass die türken ins halbfinale kommen also jetzt mal wirklich okay battle pass oh battle pass habe ich jetzt auf 100 prozent geschafft ich glaube hättest du ich glaube hättest du einen neuen account hättest du jetzt auf level 800 706 wo ist denn das jetzt 167 bei events oder wo ist ja da kriegst du ja augenverkeilung ich muss noch kurz mal machen wie heißt die tonung jetzt die möchte richter zeichen des überlebenden alle kriegst ja augenkrebs ja und wofür schweiz bei events events die für alle waren im fünfte von hinten die ganz auf alle machen nein kann es auf alle machen das ist ja nicht so viel also schön schön ist anders wenn du irgendwo eine waffe tropft gibt da keiner hin weil er denkt das ist eine bombe events mann die ohne fleiß einfach der scheine naja mann 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 mann